Aber achtet darauf, dass der Flieger sauber getrimmt ist und dass du ihn nicht in Bodennähe überziehst. In Bodennähe, in der Körbe überziehen ist das nicht. Und jetzt versucht zurückzukommen zu. Zu schnell. Körnigiert. Der 3-Victor ist slow key. 3-Victor. Wenn du sicher bist, dass du die Bahn erreichst, fährst du die Klappen aus. Jetzt musst du das einteilen, die ganze Zeit. Und dann ist das ok. Jetzt musst du das einteilen, die ganze Zeit. Und dann ist das ok. Waren wir jetzt so hinten? Ich wäre jetzt auf meinem Trip, dass ich Helmf hatte. Achso, ne, wir können fahren. Wir wollen nach Hause. Genau. Wir wollen nach Hause. Hier, Mike, Victor, rollt ganz durch. Geht das? Ja, ein bisschen spät.